Musik Also wir haben eine neue Beschlussvorlage von der Stadt erhalten zum Thema Auenland, das einige doch hochinteressante und auch brisante Inhalte hat, nebst einer eidesstattlichen Erklärung seitens eines Geschäftsführers von der Deutschen Habitat. Und das hat uns alles gelinde gesagt, ein wenig erstaunt. Also neu ist einerseits, dass meines Wissens nach die Fraktionen nichts von dieser neuen Beschlussvorlage wissen, dass es also auch eine Beschlussvorlage seitens der Stadt ist, die noch nicht in den Fraktionen überhaupt angekommen ist und in ihr steht drin, insofern sollen im neuen Quartier ausschließlich Gebiete für Wohnen entstehen. Es werden keine Sondergebiete festgesetzt. Das bedeutet im Umkehrschluss kein Kindergarten, keine alten Wohnstädte, kein Pumptrack, kein irgendwas, sondern lediglich ein Wohnsilo. In dieser eidesstattlichen Versicherung, die dazu dient, die Beschwerde, die die Stadt eingereicht hat, zu begründen, steht drin, dass die Deutsche Habitat GmbH grundsätzlich bereit ist, im neuen Plangebiet nach einer entsprechenden Bedarfsberechnung eine Kindertagesstätte zu errichten oder vielmehr nicht zu errichten, sondern einzuplanen und die Kindertagesstätte kann dann sowohl öffentlich als auch privat errichtet und betrieben werden. Mit anderen Worten, die Deutsche Habitat plant die eventuell mit ein, aber errichten oder betreiben tun sie die nicht. Das heißt also, das Geschenk, mit dem geworben wurde, warum wir dieses Baugebiet in der Größe da brauchen, gibt es nicht mehr. Also es ist mein Wissensstand, dass diese Beschlussvorlage, die erstellt wurde, am 27.04. seitens der Stadt in den Fraktionen noch nicht bekannt ist. Das hat zur Konsequenz, dass dem Gericht Unterlagen eingereicht wird, ohne es vorher mit den politischen Vertretern überhaupt besprochen zu haben. Also in dem Fall muss die Politik ja im Moment sowieso noch gar nichts entscheiden, weil es ja einen Gerichtsentscheid gibt, der im Moment ja eine Planung sowieso unterbindet. Das heißt, die Politik hätte höchstens einmal darüber informiert werden müssen, was denn als Beschwerdebegründung überhaupt von der Stadt eingereicht wird. Und das ist nicht der Fall. Ich stelle mir in dem Zusammenhang natürlich dann auch noch die Frage, warum dieser Grund und Boden für nur 44 Euro verkauft worden ist, wenn jetzt die ganzen sozialen Anschlusshandlungen nicht mehr stattfinden sollen, sondern eine reine Wohnbebauung stattfinden soll. Darüber hinaus konnte ich auch nicht feststellen, dass hier überhaupt noch von 30 Prozent Sozialwohnungen, die ja uns immer wieder mitgeteilt werden, dass es die geben soll, davon steht auch weder in der eidesstattlichen Verfügung oder Erklärung noch in der Beschlussvorlage irgendetwas drin. Also ich habe den Eindruck, dass hier statt des großen Leuchtturmprojektes doch eher ein Wohnsilo gebaut werden soll. Und diese Frage hätte ich jetzt gerne auch von den Kommunalpolitikern beantwortet. Was von beiden soll es denn werden? Unbeachtlich mal der Tatsache, dass es nicht im Auenland stattfinden soll. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.